Auftakt zum landesweit größten Kulturevent des Jahres, der Eröffnung des Museums Barbarini in Potsdam. Der Stifter des Museums höchstpersönlich, der Software-Milliardär Hasso Plattner, stellte zusammen mit Direktorin Orthud Westheiler der Presse das Barbarini vor. Den zahlreichen Medienvertretern erzählte der Kunstmizzen mit Stolz, dass das neue Kunsthaus bereits jetzt in der Kunstwelt einen großartigen Ruf genießt. Ein bisschen zeigt das auch, dass wir als Beginner doch ganz viele renommierte Museen als Leihgeber bekommen haben und private Leihgeber, die uns das Vertrauen geschenkt haben. Auf die Frage zum Museumsstandort antwortete Plattner mit einer Liebeserklärung an Potsdam. Potsdam ist eine der schönsten deutschen Städte und wird jedes Jahr schöner, weil immer mehr von der alten Substanz renoviert wird. Hier haben wir nachgebaut, wenn man den Platz anguckt, hier war mal das Geld. Die Könige und die Kaiser haben schon hier einen Eindruck hinterlassen. Und einen Eindruck hinterlassen auch die drei Eröffnungsausstellungen mit 170 Gemälden aus dem Impressionismus, der klassisch Moderne und der DDR-Kunst. Was mich hier sehr beeindruckt an der Ausstellung ist, sind so die menschlichen Dimensionen. Man kommt rein in einen Raum und fühlt sich aufgehoben. Man wird nicht überfrachtet. Jedes Bild hat seinen Platz, hat Luft zum Atmen, hat auch eine farblich abgestimmte Wand hinter sich häufig. Das ist einfach eine Wohltat, so einen Raum zu betreten und ein Bild zu entdecken. Ich finde, dass durch die Art, wie die Räume hier gestaltet worden sind, durch die Innenarchitektur sehr persönliche Räume entstanden sind, in denen man sich wohlfühlt und die auch einladen, zu verweilen vor den Bildern. Noch nie so viele Monets auf einem Fleck gesehen. Ich glaube, noch nicht mal im Pariser Museum Marmotton gibt es so viele Monets. Und tatsächlich ist das ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Berlin. Ich bin sehr oft in Berliner Museen. Für Potsdam ist es natürlich besonders toll. Berlin hat ja viele, viele Museen und viele interessante Museen, aber Potsdam hat so etwas noch gefehlt. Und es ist natürlich auch für die Touristen, die nach Potsdam kommen, nicht nur, dass Potsdam schon so eine tolle Stadt ist, sondern es wird sich in Zukunft zeigen, dass da noch viel mehr Touristen kommen, Interessierte, vor allem Kunstinteressierte und auch dieses Museum besuchen.